Klassik auf Klick, das SWR 2 Musikstück der Woche. Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert Nummer 4 G-Dur Op. 58, mit Till Fellner und dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Die Leitung hat Eivind Odland. Sie hören einen Mitschnitt vom 19. Juni 2016 aus dem Konzerthaus Freiburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Das SWR 2 Musikstück der Woche. Immer montags im SWR 2 Mittagskonzert und als freier Download im Internet.